So, dann springen wir auf Gruppe D. Vorletzte Gruppe. Der erste Spiel ist Liverpool gegen Gladbach, aber hoffentlich ist es jetzt besser, weil wenn er so weiter ruckelt, dann ist das echt kein Spielen, sage ich mal. Ja, schauen wir mal, Gladbach, die brauchen Punkte. Ja, trifft es jetzt Gladbach. Letzte Saison das Budget minus, heuer der Abstieg? Ja, wir können noch ein bisschen testen bei Liverpool. Genau, gegen Gladbach kann man sie machen. So, Arena ruckelt aber nicht. Boah, da war schön. So, Gladbach, huckelfrei. Derweil. Boasch. Ja, ist jetzt an. Alter, ich hab's verschrieben. Hold back. Hold back. Oh. 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 Es ist ein bisschen besser, aber nicht ganz optimal noch. Sollte bei Gruppenentscheidungen nicht passieren. Oh. Und tschüss. Neunte Minute ist natürlich bitter. Gleich eine rote zu kassieren. Ja, Liverpool ist wahrscheinlich durch, nehme ich an. Ja, da sind alle durch in der Gruppe. Ah ja, das ist jetzt die Gruppe, wo ich noch nie gewohnt habe. Go. Das heißt eigentlich, wenn, dann kann nur noch einer von der Gruppe absteigen. Und dort hin. Okay. Oh ja, das ist uncool. Ich würde sagen, wenn es so weiter ruckelt, spielen wir von mir aus noch die Gruppe, wo es um nichts mehr geht quasi. Dann lassen wir es, weil es so weiter ruckelt. Ja, aber wir können noch drei Spiele sagen also. Ah, stimmt. Und um nichts geht es ja nicht, es geht auch noch um den Abstieg. Stimmt. Naja, außer Gladbach verliert, dann ist glaube ich schon ziemlich fix. Mit der Tor-Differenz. Ziemlich fix, aber kann ja noch sagen, dass die anderen auch noch höher verdient. Ziemlich. So let's come up. Kapitala Oh. Schön. Weniger schön. Ah. Nein, das war doch kein Foul. Pfff. Pfff. Oh mein Gott. Nie. Oh ja, zeig, zeig. Wahnsinn. Da möchte ich keine Wiederholung sehen. Ich glaube nämlich auch nicht. Oder habe ich zuerst den Ball gespielt und du hast ihn dann getroffen. Ja. Aber jedenfalls bitte, das ist genau der. Aber Gott. In dem Fall wäre es egal gewesen, aber... Pass an mit dem... Vielleicht mit der Rettung. 1 zu 0. 1 zu 0. Das ist natürlich komplett für ein Ohr. Fremd die Testerei wahrscheinlich. Zater wechseln in der 37. ... ... ... So ein Länger spielfalt. ... ... ... ... ... ... ... Oh. Wahrscheinlich kriegst du dafür auch Geld. ... ... ... ... Das ruckelt brutal, Leute. Ja, genau. Oh, er ist okay. Oh. Weiter. 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 Z Cart regieren. Erstens. Loser. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, leider nicht der Schnellste. Ja, vorne ist einfach keine Gegenwirken mehr. Beste Aktion heute. In die Brust, da kennst du aus. Wahnsinn. Eins, zwei, drei, gelbe, plus ein der gelb-rot sind vier, fünf, fünf gelbe. Läuft. Wieviel Fals habe ich gemacht? Sechs Fals, fünf gelbe. Das ist ein guter Schnitt. Hier, da, 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 da... Alter, dritter Schizu kommt nicht. Ach geil. Oh. Nein. Somit sind sie durch, glaube ich. Hoffe ich. Aber der Freistoß war schon schön auf die Stange, muss man sagen. Ja, eh. Das ist mein erstes. Rettet hier lang Borussia. Nein, wann bin ich? Was hast du gegen mich, Mann? Schön, Ende hin. Geht da noch was? Fünf Minuten? Naja, hoffentlich nicht. Na, komm ran. Oh, Mann. Was ist jetzt wieder? Was? Upsides? Really? Okay. Na, schieß. Oh. Ja. Ich würde mal sagen, Gladbach ist safe. Das könnte Ajax aber noch ordentlich einen auf die Fresse kriegen. Ja, noch ist es aber Ajax. Schlechtere Tor-Differenz hat dann eigentlich nur mehr Napolin mit zwei. Und dort machen wir die gleiche. Gut, dass es jetzt sollte. Gut, dass es jetzt sollte. Ich hätte schon gesagt, weil das Ruckeln bringt ja nichts, oder? Ja. Sorry, Leute. Stream wird jetzt hier zwangsläufig beendet. Wir schönen uns das nächste Mal. Jawohl. Macht's euch gut. Bis dann hat einer immer zu gut. Führt euch. Ciao, papa. Ciao, papa. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Tsch.